Das Projekt Krankenhaus Andernach – Katastrophenhilfe im Ahrtal. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde jede helfende Hand benötigt. Um zu unterstützen, stellte das St. Nikolaus Stiftshospital medizinisches Personal, das in der Feuerwehr tätig ist, über zwei Wochen frei. Und das bei fortlaufender Bezahlung. Die angefallene Arbeit wurde vom kollegialen Team der Inneren Medizin aufgefangen. Gleichzeitig versorgte das Krankenhaus obdachlos gewordene Pflegebedürftige und nahm Patientinnen und Patienten aus dem Krankenhaus Bad Neuenahr auf. Mit seinem Einsatz unterstützte das Krankenhaus die Arbeit vor Ort und motivierte weitere ärztliche Kolleginnen und Kollegen, im Katastrophenschutz tätig zu werden.